Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der Titel, defektes Abwasserrohr flutet den Wohnwagen. So habe ich diese Folge benannt und ja, ich muss schon zugeben, der Titel ist natürlich ein bisschen reiserisch. Aber was verbirgt sich letztendlich hinter diesem Titel bzw. dieser Aussage? Das sind ja direkt zu Beginn diesen Sommers hier, wo wir losgezogen sind, hatten wir diesen Fall selbst. Und zum anderen an der Stelle herzliche Grüße an den Patrick. Der Patrick hat mir nämlich eine E-Mail geschickt, weil der genau dasselbe Problem hat. Das ist ein Zuhörer von meinem Podcast, die haben sich jetzt einen Wohnwagen gekauft. Und die haben genau dasselbe Problem, wie wir jetzt auch hatten. Auf dieses Problem sind die auch gestoßen. Irgendetwas mit dem Abwasserrohr stimmt nicht. Und somit ist es für mich Grund genug, darüber mal zu berichten und eine Podcast-Folge zu machen. Die Folge werde ich so ein bisschen aufteilen. Ich versuche das natürlich dadurch, dass der Patrick mir eine E-Mail geschrieben hat und über die Distanz ist sowas natürlich immer nicht ganz so einfach zu klären. Aber ich versuche es einfach so ein bisschen zu splitten in dem, wie war es bei uns, wie ist es von dem, was ich von Patrick weiß, wie ist es bei ihm ergangen bis jetzt, Status jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Um euch da einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was da Sache ist. Ja, was ist passiert? Fangen wir mal bei uns selber an. Und zwar hatten wir unter dem Wohnwagen, unter der Eingangstüre, da ist dann rechts daneben, ist dann gleich unsere Küchenzeile. Und unter dem Wohnwagen haben wir da eine Pfütze festgestellt und konnten uns nicht erklären, wo das Wasser herkam. Also haben wir den Schrank, der da ist, soweit demontiert, die Schubladen raus, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und es hat sich herausgestellt, dass das Abwasser aus der Spüle außen am Abwasserrohr entlang lief. Und glücklicherweise haben wir gerade eine Zwangsbelüftung da nebendran und dann ist es durch die Zwangsbelüftung, die sich neben dem Rohr befand, ist das im Boden nach außen gelaufen und dann halt auf die Wiese beziehungsweise halt einfach auf den Boden getropft. Das, so ist es bei uns passiert. Beim Patrick war es so, dass nach dem Spülen wollte er schauen, den Füllstand des Abwassertanks kontrollieren und stellte dabei fest, dass das Wasser ganz woanders raus lief, als dass es sollte. Eben, dass halt auch der Spültank, der Abwassertank eben nicht voll war, sondern das Wasser vorne am Gaskasten bei ihm dann in Hülle und Fülle da rausgelaufen ist. Ja, die konkrete Ursache. Die Ursache bei uns war letztendlich, dass das Abwasserrohr nicht mehr richtig zusammengesteckt war. Also es war gerade noch so, ich würde mal sagen, so ein oder zwei Millimeter steckte das noch zusammen, aber war mehr lotterig, als man sagen könnte, es ist vernünftig ineinander gesteckt. Beim Patrick war es sogar so, dass die Steckverbindung des Abwasserrohrs komplett gelöst war. Also es war wirklich auseinander und dann ist natürlich der gesamte Inhalt der Spüle in den Wohnwagen gelaufen und das ist natürlich wirklich, das ist echt ärgerlich. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass man da auch erstmal, gerade wenn man einen Wohnwagen neu hat oder sich damit noch nie konfrontiert wurde, dann ist das, dann hat man da auch erstmal so einen Schock und alles, wo kommt das Wasser her, wo geht das Wasser hin, um Gottes Willen. Aber bei denen war es wohl wirklich, wirklich übel. Und um das mal kurz zwischenzufunken, also ich möchte jetzt auch keine Debatte lostreten, spülen oder nicht spülen im Wohnwagen. Also da sage ich, das ist jedem seine eigene Angelegenheit. Wir selber nutzen die Infrastruktur des Wohnwagens auch in Hülle und Fülle, denn dafür ist sie da. Ja, wenn ich die Spüle, Toilette etc. dusche, gut duschen nutzen wir auch nicht, aber das hat eher den Punkt, dass das schwierig ist mit so einem scheiß Duschvorhang. Aber sonst nutzen wir die Infrastruktur des Wohnwagens in Hülle und Fülle, weil dafür ist sie da und ja, dafür ist sie gebaut, sonst bräuchte ich das ja nicht. Ja, jetzt ist aber natürlich, jetzt haben wir ein Problem, wir haben die Ursache gefunden, was ist denn jetzt die Lösung der Sache? Bei uns selber ist es so, ich habe es einfach wieder richtig zusammengesteckt, habe es mit dem C-Warn noch ein bisschen gereinigt, dass da auch nichts irgendwie noch zwischenhängt oder so, weil sonst wäre es weiterhin undicht, weil die Steckverbindung nicht richtig schließt. Und ja, ich habe es einfach wieder zusammengesteckt und zusätzlich mit Kabelbindern fixiert, das war nämlich nicht der Fall. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass das durch die ganzen Ruckelbewegungen beim Fahren früher oder später auch mal auseinanderrutscht. Also das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Deswegen habe ich das mit Kabelbindern so weit fixiert, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auseinanderzurutschen. Ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich es verkleben soll, habe es dann aber sein gelassen und einfach beim Zusammenstecken belassen, weil man weiß ja nie, wenn man doch mal irgendwie da dran muss, das irgendwie auseinanderbauen, die Spüle raus, was weiß ich, Siphon weg oder keine Ahnung, aus irgendeinem Grund muss ich da ran und ich habe dann das ganze Rohr da schön verklebt, dass da nichts passieren kann, dann habe ich ein Problem, weil ich bekomme es nicht mehr auseinander und dann ist die Arbeit größer und normalerweise taugt das ja mit den Steckverbindungen, auch wenn ich da ein bisschen Verbesserungspotenzial insgesamt sehe. Ja, der Patrick hat das Rohr ebenfalls so weit einfach wieder zusammengesteckt und zum Zeitpunkt der Aufnahme war es jetzt noch nicht ganz klar. Eben, als ich habe mir überlegen gewesen, ob es auch verkleben wird oder ob es mit Klebeband einfach noch ein bisschen zusammenhält oder wie oder was. Aber ich bin da guter Dinge, dass der Patrick das auch so weit fixiert, dass ihm das nicht mehr auseinanderrutschen kann, auf jeden Fall. Ja, prinzipiell ist es so, das Fazit aus der Sache ist so ein bisschen, weil ich merke das immer wieder, dass viele Leute beinahe schon in einer Art, das ist nicht schlimm, das ist nicht böse gemeint, in, ja Panik ist es nicht, aber halt unruhig extrem werden, so gerade wenn es um Wasser geht, Wasserschaden, das ist auch, das kann auch ein ordentliches Problem sein, aber da herrscht recht schnell, geht der Puls auf 180 hoch. Wir selbst sind jetzt schon erfahrener mit so Sachen, ich verstehe das auch total, uns ging es am Anfang auch so, aber letztendlich ist es so, dass wenn man ur, gerade bei Wasserschäden, wenn man da urplötzlich Wasser im Wohnwagen oder im Wohnmobil hat, wo es nicht hingehört, dann ist es natürlich richtig, richtig doof und durch Social Media und die ganzen Geschichten, die man so hört mit den Wasserschäden, was da alles passieren kann, was das für eine Auswirkung haben kann, da macht sich natürlich eben entsprechend schnell Panik breit. Und ja, wenn es dumm läuft, dann hat man da natürlich auch einen ordentlichen Wasserschaden, das Holz ist vergammelt und sonst so irgendwas, das kann echt übel sein, aber nichtsdestotrotz hilft es nichts, wenn man da erstmal panisch wird, sondern eben einfach mal ruhig durchatmen, weil der Schaden ist sowieso da, der ändert sich auch nicht in den nächsten fünf Minuten, es geschehen da keine Wunder. Viel wichtiger ist es, wenn man da dann wirklich sich systematisch auf die Suche macht, auf die Suche geht und den Schaden begutachtet, feststellt, wie groß ist er wirklich, so gut es geht und sofern möglich kann man das Ganze sehr oft ja auch selber beheben. Ja, passiert ist es schon, man ändert es auch nicht mehr. Da hilft auch nicht, wenn man sich über irgendwas aufregt, dann kann man auch über den Vorbesitzer fluchen und sonst so irgendwas, dass wenn der sich halt sagt, hier, ich wusste von nichts, ich habe das im besten Wissen und Gewissen verkauft, dann hat man da, wird es einfach schwierig. Ja, ich will da einfach viel mehr so ein bisschen damit, bei uns war es jetzt auch wieder mal mit Wasser, nachdem der Wohnwagen, wo wir ihn gekauft hatten, schon undicht war. Also wir haben da einfach mittlerweile schon so viele Erfahrungen, dass wir da einfach ruhig bleiben und der Sache einfach auf den Grund gehen, Schränke demontieren und sonst so irgendwas, weil ändern kann ich es in dem Moment sowieso nicht mehr. Ich kann es nur noch besser machen im Nachhinein. Und deswegen ist da mein Fazit draus. Ruhe bewahren, in Ruhe schauen und dann gewissenhaft einfach handeln. Ja, das war es im Großen und Ganzen für diese Folge. Ich möchte aber nichtsdestotrotz nochmal auf unser Kochbuch, das OnePod-Kochbuch, alles aus einem Topf, hinweisen, das ja jetzt ganz neu erschienen ist als digitale Version. Und du als Podcast-Hörer kannst dir auch natürlich dieses Kochbuch zulegen. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Shortlink dazu angelegt. Über www.camperontour.net-onepod, gerade zusammengeschrieben, wie man spricht, kommt ihr direkt zu dem Kochbuch und könnt euch das mal anschauen. Also geht auf jeden Fall auf www.camperontour.net-onepod, schaut euch das Kochbuch an und sichert euch das Kochbuch, holt es euch. Es sind super tolle, 31 leckere OnePod-Gerichte drin. Ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.